Meine Damen und Herren, es wird ja auch immer gefragt, wie steht es denn um den deutschen Nahrungs? Und da freue ich mich sehr, Ihnen heute einen Jugendspieler präsentieren zu können. Er kommt aus Bayern, naja, aus Franken eigentlich, aus Fürth. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin hier schlichtweg auch kein Preuß, obwohl ich aus dem Norden Deutschlands komme. Also, und er ist erst 30 Jahre alt. Bitte begrüßen Sie Fabian Hagen. Der Fabian, 13 Jahre jung, ist weil der Schorsch U17-Meister. Zolle Leistung. Fabian, ich weiß, dein Lieblingsspieler ist der Sean Murphy. Jo, geht aber jetzt hoffen Sie nicht? Ja, aber ich denke, für mal Steve und Ronny sind da auch ganz okay, oder nicht? Ja, man muss ja sagen, der geht jetzt nicht mal zu ab. Und wie oft hast du schon gegen Ronny gespielt? Nullmal. Nullmal. Also, meine Damen und Herren, einer der wenigen Spieler auf dieser Welt, die gegen Ronny aus Freunden noch ungeschlagen sind. Also, meine Damen und Herren, ein Freunden, Ronny aus Freunden. mit dem Zuschauer aufAKE. Hallo G socks. convinced Du G Akarn aus Freunden. 53 Jahre jung, sie sind in einem goodKing des Freunden. War leap. Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Thank you.